Schmink so vor der Sorge eine Runde das gleiche auf den GOMMAD.S Server und heute alleine ja und wieder gedacht okay die erste Runde heute Leute das Equip geht gerade noch so ist es nicht schlecht oder gut ist möglich könnte ich sagen aber okay anklinken welchen bahn sonst das sekund noch alles klar besser dass ich da sind er hat eingebaut ein tnt oder so ich habe falsch haben gehört aber wo ist der gegner kämpfen die ein halbes herz gehabt leute und generieren haben wir hoffentlich wieder hin ich habe freiwillig schon unter mich generieren zu können aber alles klar leute auch mann verfolgt mich doch nicht doch bitte lasst die jetzt kämpfen oder die mich ich glaube die lasse ich erst mal kurz in ruhe jetzt müsste ich mich einmischen ach haben wir leute hat jetzt gerade abgestoppt aber was habe ich denn so alles auf fast verliert der herrn geschwärts wer ist das mal so machen muss der netz so dass dahin bedenken leute und ja und ihr könnt mir immer noch fragen stellen könnt unter das oder andere ist wie das machen mich hat es auch bahnfurt das video kommt der nächste woche brauchen wir nur irgendwann und ja und den tobi kommt am freitag abends erst weil wo hat er mich erschrocken heilige nudel hat der mich erschrocken scheiß hat jetzt ja wir haben ihn nachher kann ich nicht mehr retten oder leute wenn euch das video gefallen hat lasst ein like und abo da und dann erst mal schau